Was machst du beruflich? Tja, ich bin beruflich quasi Halter von Alpakas und Lamas. Und wenn ihr auch mal Lust habt, mit den tollen Tieren wandern zu gehen, meldet euch gerne. Erwachsene bezahlen 35 Euro und Kinder von 6 bis 14 zahlen 25. Wir gehen dann ungefähr 75 Minuten wandern und anschließend gibt es noch einen Snack auf der Weile. Zurzeit trill ich ein paar Würstchen. Die Tiere dürfen noch gefüttert werden und laufen dann währenddessen um uns rum.